Hallo, ich bin wieder am Start. Willkommen im 18. Türchen. Das Artigbarometer steigt weiter an, aber wir brauchen noch einen Schub. Khaiso beschreibt eine gute Tat aus eurem Jahr. Ja, sendet die Beschreibung auf Animex an Zonocchi via ENS mit dem Betreff, uäh, 18. Türchen. Zeit dafür habt ihr bis heute Abend um 23.59 Uhr und 59 Millisekunden. Ich habe dieses Jahr auch viele gute Taten erledigt. Den Hasen nicht in die Pfanne geworfen. Hey, sag mal, was fällt dir ein? Krups, das hat der Hasen wohl gehört. Ich gelde. Bye-bye. Hur, 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 hur.